Auf Wiedersehen. Sandkopf. 3090 Höhenmeter. Der Gipfel. Hier unten ist das Kreuz. Das Wetterkreuz. Von da bin ich gestorben. Gestartet um 18 Uhr. 800 Höhenmeter abgestiegen. Die ganzen Schneefleckekanten sind bis Ende Oktober nicht mehr da. Die sind alle abgeschmolzen. Schiefer. Sandschiefer. Alles zerfällt. Zerfällt. Zu Sand und Staub. Sind alle ab. Sind alle ab.